Jo Leute, was geht? Klüm am Start. Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Make a Game with Unity. Und es gibt zwei Sachen, über die ich sprechen möchte, bevor wir in die Folge starten. Erstens, ich habe jetzt einen Teamspeak-Server. Das ist dieser hier. Das ist der Klüm Teamspeak-Server, den er reicht hier unter ts.klüm.tv. Also ziemlich easy hier. ts.klüm.tv. Da könnt ihr dann einfach auf den Server joinen und ich hänge da auch ab und zu rum. Ihr könnt in diese ganzen Räume hier unten gehen und Supporter von Tipi können dann noch in diese Räume gehen und alle anderen Leute, die dann Admin sind, können dann hier oben reingehen. Eigentlich nur, wenn ich mal aufnehme oder so und nicht gestört werden möchte. Meistens hänge ich dann aber in eine der Launches-Hub und da können wir mal quatschen. Punkt Nummer 1. So, das schließe ich jetzt. Zack. Disconnected. Punkt Nummer 2 ist das hier. Das Klüm Unity-Game. Und da haben wir eine Sache, die ganz cool ist, denn das ist ein Google Drive Ordner. Und ich packe euch einen Link in die Beschreibung und dann seht, wenn ihr auf diesen Link klickt, dann seht ihr das hier. Und wenn ihr dann hier ganz oben in Google Drive öffnen klickt, so, dann kommt ihr nämlich in die Google Drive Ansicht oder so. Und da kann jeder von euch, ihr müsst euch nicht bei Google anmelden oder whatever, da kann jeder von euch einfach ein neues Dokument erstellen, ein Google Docs, Tabellen, also das ist sowas wie Word, das ist Excel, das sind Präsentationen, dann Formulare, was weiß ich. Und dann könnt ihr zum Beispiel einen Google Doc erstellen und dann sagen wir Ja. Und dann könnt ihr das benennen, das wäre eigentlich ganz cool. Dann sagt ihr euren Namen, also Klüm jetzt zum Beispiel, könnt auch euren richtigen Namen da angeben, das könnt ihr gerne tun. Ihr könnt euch auch euren Gamer-Namen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr hier Ideen für das Spiel, denn davon braucht man eine ganze Menge und das ist deutlich übersichtlicher als die YouTube-Kommentare. Und wenn ihr dann eine Idee habt, ja, da könnt ihr Ideen ausformulieren, da könnt ihr Bilder mit hochladen von, wenn ihr Beispiele habt von anderen Spielen, könnt ihr Bilder davon hochladen. Ihr könnt da machen was, ihr tobt euch da drin aus, macht was Cooles, das wäre ganz cool. Und dann können wir gucken, wie unser fertiges Spiel aussehen soll. Denn bis jetzt haben wir ja nur das Hin- und Herlaufen. Und dazu springen wir jetzt, also da könnt ihr ganz viele Sachen erstellen. Ihr müsst mir eure Bilder auch nicht mehr per E-Mail schicken, ihr könnt die einfach dann hier ins Drive hochladen. Ihr könnt auch gerne einen neuen Ordner erstellen und den nennt ihr dann so wie er heißt, zum Beispiel jetzt an dieser Stelle Klüm. Und da packt ihr dann eure ganzen Sachen rein, da packt ihr alle eure Zeichnungen rein, die ihr gemacht habt und so weiter und so fort. Dann haben wir alles an einer Stelle und das ist ziemlich cool. So, das war das Erste. Und jetzt kommen wir zum Klüm Unity Game an sich. Denn was haben wir? Wir haben länger nicht mehr weitergemacht. Es soll jetzt planen, jede Woche kommt eine Folge. Ob ich das schaffe, wenn ich in Japan bin, weiß ich noch gar nicht, weil da müsste ich dann recht viele Folgen vorproduzieren. Eigentlich nur zwei. Aber abgesehen von Japan kommt jetzt jedes Mal eine Folge. Also wir können jetzt schon nach links gehen, wir können nach rechts gehen. Und wir haben noch einen kleinen, ja das ist nicht mal ein Bug, das ist einfach nur ein bisschen nervig. Ähm, wenn wir hoch springen, dann springt er so ganz komisch. Wir können zwar, wir können auch springen, wenn wir in der Luft sind und das wollen wir, wollen wir alles nicht mehr. Und damit das nicht mehr passiert, werden wir das heute, in dieser Folge werden wir das fixen. Ähm, heute nur eine kurze Folge, weil ich das Drive introducen wollte und weil ich dazu was machen wollte. Und der hat ja gesagt, lieber kürzere Folgen, dafür mehr. Ja, und deswegen werden wir jetzt das Jumpen fixen. Und, äh, das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Und wir werden, äh, eine, wir werden diese Münzen animieren und dann hier oben hinpacken, weil wir die Münzen, die Münzanimation haben wir ja. Das werden wir auch machen. Zuerst jedoch werden wir das Jumpen fixen. Und das Jumpen funktioniert derzeit so. Wenn wir den Button Jump drücken, dann soll er nach oben gehen. Macht Sinn, ne? Ja, aber, ähm, wir wollen hier nur jumpen, wenn wir auf dem Boden stehen. Und wir haben hier tatsächlich den Boden, das ist dieser hier. Und, ja, wir haben tatsächlich den Boden, das ist dieser hier. Wir geben jetzt unserem Charakter, der diesen, äh, schönen Collider hat, dem geben wir noch einen Collider. Und zwar wird das, ähm, äh, genau, wir müssen einen neuen Komponent hinzufügen. Und dann wird, äh, nehmen wir einen Circle Collider, den wir erstmal, oh, das ist der falsche Collider, den wir erstmal ein bisschen offsetten wollen. Und zwar hier in dieser, nicht X, wir wollen den tatsächlich nur Y offsetten. Und zwar so hier hin. Und dann machen wir den ganzen noch ein bisschen kleiner. Und zwar, ja, so. Und dann heben wir den nochmal ein bisschen weiter nach oben. So, wenn das Ding hier, also, geentert wird, ja, wenn, wenn da also reingegangen wird, in dieses, in diesen Kreis. Das heißt, wenn wir jetzt aktuell Start drücken, dann würden wir runterfallen und würden quasi auf dem Kreis, auf diesem Collider stehen. Ne, ihr seht das. Wir wollen aber nicht, dass der da drin steht, sondern wir wollen, dass er durchgeht. Ja, das heißt, wir wollen, dass der, dass der Player hier, dass dieser Collider vom Kreis quasi durchgeht. Und das können wir einfach sagen, dass das ein Trigger ist. Dann geht er durch und er erkennt, dass hier das Gedönsel, ne, das sieht man ja schon, dass das in diesem Trigger drin ist. Und wenn wir jetzt dem Boden einen Script geben, ich weiß nicht, ob wir das auch mit dem Player machen können. Das müsste ich dann herausfinden. Oder das schreibt ihr mir am besten in die Kommentare, ähm, was es da für Methoden gibt. Oder ich schaue einfach mal ganz kurz nach. Das geht ja auch. Ich habe da mal ganz kurz Research betrieben und es gibt tatsächlich eine Methode, die heißt On Collision Stay 2D. Vielleicht brauchen wir auch dieses runde Ding dafür jetzt gar nicht mehr. Denn diese Methode, also jeden Frame, ja, wenn mein Collider einem anderen Collider toucht, dann passiert das. Ähm, wir wollen das ein bisschen anders haben. Und zwar wollen wir nicht On Collision Stay, sondern wir wollen On Collision Enter und On Collision Exit nehmen. Ähm, das wären dann diese beiden Dinge. Das mache ich mal ganz kurz wieder zu. Das hier, Send when an incoming Collider makes contact with this object's Collider. Ja, genau das wollen wir machen. So, und, ähm, das heißt quasi, dass wenn irgendwas unseren Collider berührt, das heißt, wenn irgendwas, wir haben ja hier diesen Collider von unserem Spieler, ich werde mal diesen Circle Collider wieder entfernen, weil ich wollte es zuerst so machen. Wenn irgendwas diesen Collider hier berührt, ja, zum Beispiel dieser Collider, dann soll geguckt werden, was passiert. Dann soll etwas Bestimmtes gemacht werden. Und das würde ich jetzt hier reinschreiben. Das heißt, wir müssen eine neue Methode machen. Und das heißt, wir haben Void On Collision Enter 2D. So war das doch, ne? On Collision Enter 2D. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. On Collision Enter 2D. Perfekt. Und wir kriegen ein Collision 2D, kriegen wir als, ähm, als Objekt daraus. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück und gucken, okay, was kriegen wir raus. Wir kriegen, äh, ein, groß geschrieben. War, ist die Frage? Ne, Collision 2D, da ist es ja. Und das nennen wir einfach mal, ähm, keine Ahnung, Collider. So, das ist der Collider, den wir bekommen. So, und da schreiben wir jetzt was rein. Und zwar sagen wir, dann schauen wir jetzt mal, if, wenn der Collider, können wir hier schon Tag machen. Nein, da müssen wir, Punkt GameObject, Punkt, können wir jetzt den Tag gucken. Jetzt können wir den Tag angucken. Wenn der gleich Ground ist, ne, das heißt, wir müssen, äh, unseren Ground-Dingern noch einen Tag Ground geben. Wenn der Ground ist, dann werde ich hier was hinzufügen. Und zwar werde ich hier, ähm, eine Bool-Variable erstellen. So, Grounded. So, ihr werdet gleich verstehen, warum, wenn ihr das noch nicht schon getan habt, was die meisten eigentlich mal getan haben. Dann sagen wir mal, Grounded ist gleich True. So, und dann sagen wir noch, ähm, wenn wir uns entfernen davon, das wäre ja dann hier der, On Collision Exit. Und wir kriegen wieder einen Teil. Send when a Collider on another object. Stop touching this object's collider. Blablabla. Further information about the object involved in the product passing through the call. If you don't need this information, you can declare On Collision Ender without the parameter. Ne, wir wollen ja gucken, was, äh, was uns nicht mehr berührt. Ähm, dann können da auch schon mal gar keine Bugs entstehen. Deswegen sagen wir einfach Void. On Colli... On Collision Exit. 2D. Und wir wollen natürlich wieder ein, eine Collision 2D haben. Die nennen wir wieder Collider. So. Und dann sagen wir, wenn das passiert, dann schauen wir wieder nach, ob das, äh, ob unser Ding grounded ist. Ich kopiere das hier oben einfach mal, weil ich ein fauler Programmierer bin. So. Und zack. So. Dann soll der aber sagen, dass er nicht mehr grounded ist. So, was jetzt passieren soll. Wenn der den Boden berührt, dann sagt er, er ist grounded. Das heißt, er befindet sich auf dem Boden. Und wenn er den Boden verlässt, dann befindet er sich nicht mehr auf dem Boden. Logisch, ne? Das heißt, wir schauen jetzt mal ganz kurz nach. Wir speichern das mal ganz kurz und gehen in Unity und schauen uns das hier an. Hat das überhaupt irgendeinen Tag? Es hat absolut gar keinen Tag. Das ist blöd, denn wir wollen dem Ding einen Tag geben, ne? Ist ja, ist ja logisch, ne? Die Bodentexture hat das und die ist aktuell untagged. Das heißt, wir müssen jetzt mal einen Tag hinzufügen. Und der Tag ist grounded. Macht Sinn. Und dann gehen wir ins Prefab, haben den Ground, haben das hier und sagen hier, dass alle Dinger grounded sein sollen. So, und wenn wir das gemacht haben, dann sollte hier jetzt auch nicht grounded. Da, ne, lol, macht er nicht. Egal. Schauen wir mal da an. Hier ist grounded. Und dann können wir hier eigentlich, dann können wir hier direkt sagen, Select Prefab. Naja, gut, dann machen wir das mal ganz kurz so. Dann sollte der aber alle neun, die wir einfügen. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade einfach nur irgendwas verpeile. Das passiert auch ab und zu mal. Ist aber kein Problem. Wir geben denen jetzt alles mal den Tag grounded. Ne, Quatsch, nicht grounded. Ground müssen wir doch geben. Aber dann müssen wir das nicht neu zuweisen. Dann benennen wir den einfach um. Und jetzt müssen hier alle ground heißen. So, den nennen wir auch nochmal ground. So. Und das machen wir mit dem hier natürlich auch. Und mit dem hier auch. So. Dann ist jetzt jeder grounded. Wir können jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Wir haben unseren Player. Das ist der hier. Und da wir das Public gemacht haben, können wir das überprüfen. Der ist jetzt grounded is false. Okay. Das heißt, es funktioniert jetzt schon mal nicht so, wie wir wollen. Wenn wir jetzt springen, dann macht er das auch nicht. Das heißt, irgendwas funktioniert noch nicht. Wir können mal wieder ins Script schauen. Haben wir denn alles richtig geschrieben? Wenn der Tag ground ist, dann sollte der das eigentlich so machen. So. Das heißt, dieses onCollisionExit kann ja anscheinend noch nicht so ganz funktionieren. Ansonsten würde das... Wir haben auch ein riesiges onTriggerEnter, wenn Johannes dem TriggerEnter ist. Kann sein, dass ich die Methode gerade falsch interpretiere. Aber eigentlich müsste der jetzt hier grounded gleich anmachen. Und sobald wir springen, grounded gleich false setzen. Das tut er nicht. Das heißt, es wird ja auf keinen Fall eine dieser beiden Methoden aufgerufen. Oder das ifStatement. Wir gucken erst mal, ob die Methode an sich aufgerufen wird. Wir sagen erst mal, okay, wenn das aufgerufen wird, gib uns Enter aus. Das heißt, sobald CollisionEnter passiert, sobald diese Methode aufgerufen wird, soll Enter ausgegeben werden. Wo? Natürlich in der Konsole. Enter. So. Das heißt, es wird immer Enter ausgegeben, sobald wir das berühren. Und zwar zweimal. Warum auch immer zweimal? Das verstehe ich nicht, aber das ist gar kein Problem. Okay, das heißt, er macht es, aber er kann nicht wirklich überprüfen, ob das, was Entert, also das hier, den Tag Ground hat. Denn aus irgendeinem Grund sind die Tags wieder weg. Aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann. Das heißt, wir werden jetzt wieder Ground setzen. Lalalalalala. Habe ich das vergessen zu speichern? Das kann durchaus sein. Gut, dann hätten wir den Fehler tatsächlich sehr einfach gefunden. Lalalala. Naja, da ist er, Ground. Speichern wir das Ganze mal wieder. Gehen auf unseren Player, um zu überprüfen, ob das jetzt funktioniert. Nein, wir Entert quasi, aber er setzt immer noch den Grounded nicht darauf, was er eigentlich setzen soll. Dann gucken wir uns das doch mal wieder an. Das ist gleich Ground. Die Bodentextur ist gleich Grounded, was es gar nicht mehr gibt. Der hat dann jetzt hier so einen zweiten erstellt. Das heißt, ich werde das hier, okay, hier, die Bodentextur, da ist ja der Collider drin. Das heißt, das muss den richtigen Wert haben. Das heißt, da werde ich das jetzt mal alles im Nachhinein noch ändern. Haben wir das denn? Ist das wegen dem Prefab der Fall? Bodentextur? Ne, die ist gleich Grounded. So, Grounded, Grounded. So, versuchen wir es doch einfach nochmal. Aha, Grounded. Perfekt. Es lag also nicht daran, dass die Methode falsch war, sondern einfach nur, dass wir irgendwie, ähm, naja, genau, dann ist hier die, dann müsste hier, müsste das, ja, genau. Das ist noch Grounded. Ja, perfekt. Ähm, ja, das hat sich jetzt wieder verändert. Gut, dann lag das einfach nur daran, dass wir die Variablen, oder dass ich die Variablen kurz, oder beziehungsweise die Tags falsch gesetzt habe. Also funktioniert unser Script, wie wir das haben wollen, schon. Und das heißt, ich werde jetzt hier einfach nur was verändern. Und zwar, wenn Jump gedrückt wird und, ähm, obwohl das wäre eigentlich, ne, ist egal, äh, if, ähm, unser Grounded, das ist ja unser Boolean, gleich True, das braucht man gar nicht mehr dabei schreiben, weil der überprüft automatisch, ob es True ist. Bei Boolean-Variable geht das auch so. Dann soll der das hier ausführen. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz, wie es funktioniert. Das heißt, wir sollten nicht springen können, solange wir nicht auf dem Boden stehen. Wir stehen auf dem Boden, das heißt, eigentlich müsste auch unser Grounded gleich True sein. Wenn wir jetzt springen, dann können wir nur kurz springen. Das heißt, wir springen nur sehr, sehr wenig. Dann müssen wir die Jump halt mal verändern. Okay, das ist anscheinend, ah, nee, ich weiß warum, ich weiß warum. Wir haben nämlich hier noch eine falsche Methode drin, beziehungsweise keine falsche Methode eigentlich, sondern wir haben ja einen Transform.Translate. So, und der setzt uns quasi immer ein Frame weiter nach oben. Und das macht er jetzt ja nur, wenn wir Grounded sind. Das heißt, wir müssen ein, ein, ähm, am besten wäre, wenn wir ein Rigid-Body hätten und da AddForce einfach machen. Deswegen sagen wir einfach Public, Rigid-Body 2D, äh, das ist unser Air-Body. So, ich nenne das gerne Air-Body. Wir gehen wieder zurück in unser Unity-Objekt, gehen auf den Player und Sie sehen, okay, wir haben jetzt da ein Air-Body und da fügen wir einfach den hier ein, den Player-Rigid-Body, speichern das Ganze mal. Wir gehen zurück und sagen da, dass der Air-Body.addForce, ähm, was macht er? Apply a Force to the Rigid-Body. Vector 2 Force, Force Mode, okay. Äh, dann schauen wir uns doch mal die Funktion AddForce an. Dafür gehen wir wieder in die Dokumentation und schauen einfach mal. Rigid-Body 2D. Finden wir dazu was? Lalalalalala, finden wir dazu vielleicht was? Das wäre schön. Nein, weil ich Rigid-Body falsch geschrieben habe, ich trottel. Ich schreibe es schon wieder falsch, ich habe keine Ahnung, wie Rigid-Body geschrieben wird. Rigid-Body, okay, alles klar. So, ich habe es schon wieder falsch geschrieben. Ich bin der einzige Trottel, der es schafft, etwas dreimal falsch zu schreiben. Ich kopiere es einfach. Hashtag fauler Programmierer-Shit. Okay, gehen wir wieder zurück auf Google Chrome, machen das nochmal und haben das R natürlich nicht mit kopiert, deswegen schreibe ich das da rein und so findet er es. Schön, AddForce, guck mal. Ähm, Vector 2 Force. Force Mode gleich Mord. Ähm, apply a Force to the Rigid-Body. Ähm, blablabla. Äh, in the X, äh, the Force is specific as two separate components in the X and Y directions. There is no Z-Direction 2D-Physics. Ja, logisch. Ähm, okay, wir müssen das also in die Y-Area verschieben. Das heißt, wir adden jetzt einfach mal Force. Und zwar adden wir Force. Welche Force adden wir denn? Ähm, new Vectors. New, na, na. Vector 2. Ich weiß, das stand es eben. Kann man einfach sagen, Punkt ab. Wir machen, naja, wir machen mal folgendes. Wir werden dann den Vector 2 zuweisen. Machen wir uns aber auch mal den hier. Float x 0, weil er sich ja 0 nach rechts oder links bewegen soll. Und dann soll einfach, äh, jump high nach oben. Er soll, er soll jump high nach oben springen. Das hier werden wir gar auskommentieren. Das heißt, das hier wird nicht mehr im Coach berücksichtigt. Und wir schauen einfach mal, was er dann macht. Ob er dann, äh, wirklich Force addet, die wir haben wollen. Er bewegt sich. Das sieht man hier sehr gut. Und er changed ja auch den Stay zu Grounded. Das heißt, wenn wir einfach mal hier das auf 80 setzen oder so. Sieht man ja auch, dass er, je nachdem wie hart wir auf Springen drücken, dass er höher springt. Ne? Das heißt, wir werden hier mal die Jump High vielleicht auf 400 setzen oder so. Und schauen. Jetzt springt er ziemlich hoch. Wir wollen ihn A nicht so hoch springen lassen. Das heißt, wir setzen das mal auf 200. Und dann müssen wir noch im Rigid Body was verändern. Denn er soll ja krasser wieder nach unten fallen. Das heißt, wir müssen einen höheren Annular Drag haben. Eigentlich. Rein theoretisch. Äh, oder einen höheren Drag allgemein. Wo wollen wir das denn einstellen? Wir schauen einfach mal. Okay, das ist es nicht. Das war vorher ja so. Was haben wir denn hier? Masse. Wollen wir die erhöhen? Das wird wahrscheinlich die Masse sein, die wir erhöhen wollen. Ja, aber da müssen wir auch die Jump High auf 500 setzen. Weil... Ja, guck mal. Da kommen wir der ganzen Sache doch schon näher. Wenn wir dem jetzt sagen, okay, der wiegt 20 Kilo oder so. Keine Ahnung, ob das ein Kilogramm ist. Und sagen, dass er eine Jump High von 1500 hat. Dann ist er way too heavy. Das heißt, 3000. 5000. Das sind jetzt 50.000. Das ist wahrscheinlich zu viel. Ja, guck mal. Jetzt haben wir einen Charakter, der gehen kann und der kann auch springen. Er springt natürlich immer noch viel zu krass. Das heißt, er soll natürlich krasser nach unten gezogen werden. Aber das können wir ja dann auch alles verändern. Was macht eigentlich... Ist Kinematic. Das sind so Sachen, die ich... Okay, jetzt kann er gar nicht mehr springen. Das sind so Sachen, die ich... Ah, okay. Okay, dann können wir die Masse vielleicht sogar runter regeln. Und die Jump High runter regeln. Und die Masse vielleicht nochmal runter regeln. So. Und einfach nur den Gravity Scale hoch regeln. Das ist doch ein schönes Jumping. So was brauchen wir. So. Plop. Ja, okay. Vielleicht noch ein bisschen weniger Gravity Scale. Äh. Vielleicht 15. Das sind halt alles so Sachen, da muss man halt mal rumspielen. Und guck mal. So ist doch schon Jumping das... Schon mal ein bisschen besser, als das am Anfang ist. Hup. Dann können wir jetzt... Schön springen. Wir müssen nur gucken, dass er gleichmäßig springt. Nicht manchmal so wenig springt. Und manchmal... Viel springt. Jetzt springt er zum Beispiel gar nicht mehr. Weil er nicht mehr grounded ist. Jetzt ist er wieder grounded. Weil er manchmal... Okay, also wenn er normal geht. Okay, wir haben noch Fehler im System. Das ist klar. Das sehen wir ja hier an unserem... Äh. Unserem Charakter, dessen... Ah, weil... Ne. Die Box verändert sich nicht. Aber wir werden jetzt... Wir verlassen das ja wieder. Wenn wir jetzt hier weiter nach rechts gehen, verlassen wir das wieder. Und betreten gleichzeitig schon was Neues. Damit kommt er anscheinend noch nicht so gut klar. Das heißt, manchmal kann er... Manchmal kann er nicht. Das heißt, wir müssen an der Mechanik noch arbeiten. Aber wir haben schon ein vernünftiges Springen hinbekommen. Und das besser war als vorher. Wir werden jetzt noch... Wir wollten eigentlich noch die Coins animieren. Na gut, dann machen wir das mit den Coins animieren beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Make a Game with Unity. Wir haben schon recht viel geschafft. Denkt daran, in das Drive zu schreiben. Das... Oder in das Drive zu... Sachen zu schicken. Die... Ich... Das Google Drive sein steht aber auch vor. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst. Haut rein, Leute. Ciao.